Willkommen. Hier werden wir uns eine sehr interessante Exponentialgleichung anschauen, und zwar, wie ihr sehen könnt, mit zwei Unbekannten. Also, so wie oben eingeblendet, wollen wir passende Werte für A und B bestimmen. Dafür schauen wir uns zuerst diese Gleichung ein bisschen genauer an. In erster Reihe, was schon erwähnt wurde, es gibt zwei Unbekannten. Grundsätzlich ist eine Gleichung mit zwei Unbekannten nicht direkt lösbar. Also man muss den einen oder anderen Trick anwenden. Dazu später ein bisschen mehr. Zweitens, was euch auffallen sollte, auf der linken Seite habt ihr zwei Exponentialtherme, diese 2 hoch A und 2 hoch B, und beide haben die Basis 2. Auf der rechten Seite haben wir eine große, gerade Zahl, diese 2016, und da drin steckt natürlich auch mindestens eine 2, wenn nicht noch mehr. Das wäre für uns für den Anfang interessant, herauszufinden, welche Zweierpotenz in dieser 2016 drin steckt. Und dafür nehme ich die 2016 jetzt zur Seite, hier rechts, und zerlege sie. Wobei, bei dieser Zerlegung, wir machen jetzt keine genaue Primfaktorzerlegung, sondern wir interessieren uns nur für die Anzahl der Zweier, die in dieser Zahl stecken. Wieso, werdet ihr gleich sehen. Also, 2016 geteilt durch 2 sind natürlich 1008. Dann 1008 geteilt durch 2 sind natürlich 504. Dann teilen wir auch noch die 504 durch 2. Dann sind wir bei 252. Dann 252 ist immer noch eine gerade Zahl, also immer noch durch 2 teilbar. Dann haben wir an dieser Stelle 126. Und die 126 ist auch noch durch 2 teilbar. Deshalb haben wir am Ende noch 63. Und die 63 ist nicht mehr durch 2 teilbar. Es war durch 3 und 9 und so weiter, aber das ist nicht mehr interessant für uns. Also, hören wir hier auf. Wir haben hier schon die Anzahl der Zweier, die wir brauchen. Also, entsprechend ist die Zahl dann zerlegt, 2 hoch 5 mal die 63, die unten noch stehen. Und genau das schreibe ich jetzt auf der linken Seite. Also, wir haben dann 2 hoch a minus 2 hoch b ist das gleiche wie 2 hoch 5 mal 63. Für die rechte Seite dieser Gleichung haben wir im Moment alles getan, was wir machen könnten. Deshalb kümmern wir uns jetzt um die linke Seite. Und wir betrachten jetzt die Gleichung aus einer anderen Perspektive. Wie man eigentlich schon erkennt, handelt es sich auf der linken Seite um eine Differenz von zwei Termen. 2 hoch a minus 2 hoch b. Und das Ergebnis dieser Differenz auf der rechten Seite ist eine positive Zahl. Das bedeutet, dass 2 hoch a auf jeden Fall eine höhere Zahl ist als 2 hoch b. Und indirekt, weil beide Potenzen die gleiche Basis 2 haben, bedeutet das für uns, dass a selbst eine größere Zahl sein muss als b. Wenn man jetzt in einer Gleichung, in einer einzelnen Gleichung, zwei Unbekannten hat, gibt es eigentlich nur eine Methode, die zu lösen. Man muss die eine Unbekannte irgendwie im Abhängigkeit von der anderen ausdrücken. Und durch diese Tatsache, dass a größer als b ist, haben wir die Wahl. Entweder können wir a in Abhängigkeit von b irgendwie ausdrücken oder b in Abhängigkeit von a. Ich entscheide mich jetzt dafür, a in Abhängigkeit von b auszudrücken. Also, weil wir wissen, dass a größer als b ist, könnten wir a auch als b plus irgendwas, irgendeine Zahl schreiben. Nehmen wir jetzt einfach mal allgemein n dafür. Und b plus n wird natürlich ebenfalls größer als b sein. Und genau diese Kleinigkeit nutzen wir jetzt in unserer Gleichung auf der linken Seite. Das bedeutet, ich ersetze jetzt das a mit b plus n. Und den Rest schreibe ich natürlich vorerst unverändert ab. Also, minus 2 hoch b ist gleich 2 hoch 5 mal 63. Dieser neue Term, 2 hoch b plus n, kann man in der Regel aus der 8. 9. Klasse mit der Potenzregel entsprechend zerlegen. Also, wir hätten dann 2 hoch b mal 2 hoch n minus 2 hoch b ergibt natürlich wieder 2 hoch 5 mal 63. Und jetzt auf der linken Seite haben wir zwei Terme, die was gemeinsam haben, und zwar diese 2 hoch b. Deshalb klammern wir das 2 hoch b einfach raus. Entsprechend haben wir dann 2 hoch b, Klammer auf, 2 hoch n minus 1. Also, das bleibt hier übrig auf der linken Seite in der Klammer. Und die rechte Seite, vorerst wieder unverändert, abschreiben. Und jetzt betrachten wir ein bisschen genauer die linke und die rechte Seite dieser Gleichung. Auf beiden Seiten haben wir Produkte. Also, auf der linken Seite haben wir ein Produkt zwischen 2 hoch b und dieser Klammer. Und auf der rechten Seite haben wir 2 hoch 5 mal 63. Also, wenn man den Aufbau so ein bisschen genauer anschaut, dann kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, dass dieser Term perfekt passt zu dieser Term hier. Also, die zwei Terme könnten zusammenpassen. Und die anderen zwei Terme werden natürlich auch zusammenpassen. Also, die Klammer und die 63, die müssten dann eigentlich auch identisch sein. Übrigens, auch wenn es hier auf Anhieb schon erkennbar ist, welchen Term mit welchen Term zusammenpasst, es gibt trotzdem eine mathematische Begründung, eine sehr einfache dafür. Egal, welche Zweierpotenz wir nehmen, also 2 hoch egal was auf dieser Welt, ergibt eine gerade Zahl. Und auf der rechten Seite auch 2 hoch 5, sind 32, ist ebenfalls eine gerade Zahl. Auf der rechten Seite haben wir die 63. Das ist eine ungerade Zahl. Und in dieser Klammer hier haben wir 2 hoch n. 2 hoch n ist natürlich wieder eine gerade Zahl. Und wenn wir aus einer geraden Zahl eine 1 abziehen, dann haben wir wieder eine ungerade Zahl. Und so können wir auch sehr einfach nachvollziehen, dass die Terme gar nicht anders verkuppelt werden können. Und jetzt aus diesem Vergleich stellen wir zwei Gleichungen auf. Also, als erstes könnten wir dann behaupten, dass 2 hoch b das gleiche ist wie 2 hoch 5. Und ja, das ist eine Exponentialgleichung, die könnte man auch mit dem Logarithmus zur Basis 2 lösen. Aber das ist alles gar nicht notwendig, wenn man die Exponenten oben vergleicht. Dann erkennt man ganz einfach, dass b 5 sein muss. Und damit hätten wir schon die erste Lösung für b. Natürlich werden wir jetzt auch die anderen zwei Terme gleichsetzen. Also, wir haben hier 2 hoch n minus 1. Soll das gleiche wie 63 sein. Und hier können wir entsprechend danach n umformen. Also, wir bringen die 1 rüber. Dann haben wir 2 hoch n ist gleich 64. Und zur Erinnerung, 64 ist entsprechend 2 hoch 6. Also, wir hätten dann 2 hoch n ist gleich 2 hoch 6. Und ja, daraus folgt natürlich, dass n gleich 6 ist. Immer so ein Hinweis, diese Gleichung hätte man auch mit dem Logarithmus zur Basis 2 lösen können. Also, wir haben jetzt b. Das ist einer der gesuchten Lösungen. Und wir haben n. Und mit b und n können wir natürlich auch a bestimmen. Also, hier oben, an dieser Stelle, haben wir entschieden, dass a eigentlich b plus n ist. Deshalb können wir das jetzt auch noch zu Ende rechnen und sagen, a ist dann 5 plus 6 und somit 11. Und damit wäre die Gleichung gelöst. Und noch ein Hinweis. Wenn ihr weitere, solche interessante Matheaufgaben sucht, gleich im Abspann findet ihr eine Playlist, die ich ständig aktualisiere. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.